Musik Willkommen zu einer neuen Folge von Brustoff Barbecue. Heute grillen wir ein wunderschönes Blumen- und Südtiroler Durock-Schwein von der Metzgerei Mittery und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Unser Blumen wird nur ausgepackt. Und so wie es ist, indirekt bis zu einer Kerntemperatur von circa 62 Grad hochgezogen. Ich habe den Grill jetzt auf 130 Grad eingeregelt. Hier kommt unser Blumen drauf und ruht jetzt bis zu einer Kerntemperatur von circa 60-62 Grad hochgezogen. Unser Steak hat die Kerntemperatur erreicht. Jetzt wird es auf der Sisselzone angegrillt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So sieht das aus, unser fertiges Kuchenmann vom Südtirola-Tirol. Hier habe ich ein Stück meines Blumen vom Südtirola-Duro-Geschwein. Butterzartes Stück Fleisch, super saftig, ein besonderer Cut vom Schwein. Genial, einfach zu grillen, macht es nach und grillt ein Blumen vom Burg. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.